thompson house na dann ist das basement im haus das ist schon mal in ordnung ich bin hier gespawnt dann sind die da ganz drüben an dem gespawnt die haben nämlich ein shroud mitgenommen wir gehen über den hügel doch sie sind hier kommen von hinten rum gegen hier rum bingo palette nehmen wir raus zack ich habe die plöde gesehen perfekt diesen hook klöde ist noch irgendwo hier ich weiß es die ist nicht weit weg die ist nicht abgehauen siehst du mal gucken ob ich die palette vielleicht perfekt jetzt war sie sagt und sie ist guten anhock passieren und den nehme ich direkt muss man eben nachladen die wollen ja jetzt dass ich hier auch weg gehe deswegen müssen wir aufpassen mal nach hinten rum ob ich da noch was sehe hier sind sie kommen durch die tür die andere ist noch da sie muss jetzt für den trade gehen die außenrum ab sie wir fahren hier rüber die sollten sich aber eigentlich von hier verpisst haben genau haben sie nicht dann hängen sie auch wieder auf ich dachte mir gehen mal gucken schlauer wäre es nicht von da zu verpissen aber das haben sie halt nicht gemacht ich muss jetzt hier erst mal gar nicht weg weil ich habe hier nicht starke drei jen guckt da geht jemand für den anhock ich will aber sie hier bt hoffe ich doch genau alles gut ja komm ich will die palette haben baby gib mir die palette danke nee 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 noch breche ich die nicht so jetzt kann sie die andere holen weil die fliegt jetzt raus ich muss nachladen gehen und die palette brechen wir müssen mal gucken wo die sein könnten die müssen sich jetzt irgendwo geheilt haben diese zwei gens da hinten sollten mich eigentlich so wenig wie möglich interessieren weil es geht um den urteil den wir hier hätten na da ist keiner dran jetzt können wir können chasen aufs aufs spes gehen Wo hast denn du hingeguckt, Mädchen? Eine ist ins Haus rein, habe ich nämlich die Steps oben gehört. Sie ist hier rum, Halt, die waren noch hier drinnen. Zack, hängen wir sie mal auf und laden noch mal nach. Weil wir müssen gerade mit viel Druck und Pressure spielen, die sind hier hinten irgendwo. Sie hat keinen DS, sie hat nämlich einen Jen angefasst. Und sie ist raus. Hallöchen, Dämonia! Wenn das jetzt gut läuft, wird das der nächste 4K mit komplett Perkless. Ich habe gerade schon einen auf RPD gemacht und danke dir, dass du mal reinschaust. Wenn du live bist, verspreche ich dir, das ist nämlich so eine Politik bei mir, werde ich auch mal bei dir reinschauen. Fast-Walt. Agro-Wechsel. Na, das war dumm. Sehr schön. Da hat die Prediction gesessen. Da nicht. Wo willst du hin? Na ja, wie gesagt, ich habe noch nicht so viele Stunden wie Dizzle in dem Game, ne? Also keine tausend... Ich habe noch nicht mal tausend Stunden, aber ich habe mittlerweile 300 auf Huntress. dann machen wir das halt mal kurz so. Okay, der ist weg, aber der hier ist noch da. Zack, sie ist auch raus. Welches Offering war das? Okay. Gucken wir mal, wenn die andere die Hedge kriegt, ist das okay. Da ist sie, sie ist hier. Vielleicht schaffe ich es. Die Hedge ist nicht hier, Baby. Wo war sie? Da ist sie. Ja, Baby, die Hedge ist nicht hier. Also lupen würde ich es nicht. Sehr gut. Der war drauf. Vielleicht kriege ich sie. Vielleicht auch nicht. Hier ist eine Palette noch im Spiel. Nee, nicht mehr. Nee, nicht mehr. Schade. Schön ist der Tat. Fuck. Du hast dich. Ach Mist. Sie macht das gut. Sie macht das gut. Wir sprechen. Sie ist hier drüben. Zack. Uff. Das ist mega, mega anstrengend. Das war echt lucky, dass sie die Hedge nicht gefunden hat. Wo war sie denn? Ich guck mal noch. Schade. Ei, 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 ei. Aber auch keine... Würde ich nicht auf SWF tippen. Also bei... Vielleicht zwei haben sie zusammen gespielt. Die beiden Klotter hättest du auf jeden Fall. Unter Umständen. Aber der Rest... Äh, äh. Perks, 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 Perks. Windows... So...